Hi, hier ist Nano Nils von Playmobil. Eine Rakete mit einer kleinen Figur. Die Rakete lasse ich gleich mal steigen. Bisschen Spaß muss man haben. Okay, so, da wollen wir mal starten. Wir haben einen Piloten hier, aber der hat keinen Bock an Bord zu gehen. Deswegen einmal nach unten. Rakete ohne Pilot. Wow. Das ist ein paar Mal auf dem Rollen. Boah. 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 Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!